So, 5 on 5, 10 Leute in einer Konferenz. Das ist kein Tanzen, ihr habt Flööö oder sowas. Ich werde dafür sorgen, dass dein Video gepiepst werden muss. Nee. Alter, da habe ich ja viel zu tun. Das ist ein durchgängiges Piepsen. Hey, sie spielt ja eine Silvia. Ich dachte, wie einst du die Silvia. Das wäre aber auch Trinithus. Ja. Scheiße, da war ich doch zu blöd. Hey, ich sterbe am Scheiß-Blu. Nein, ich sterbe. Du bist boxtlich, wenn du stirbst. 5,30 AP. Man hört gleich mal so einen dumpfen Knall, wenn ich es jemand stirbt. Das geht wirklich. Ja, Stiefel ist doof. Ja, nix Neues. Ich habe ja Angst vor der gelben Faust, die gleich... Hey, ich bin so ein Mensch. Hey, ich bin so ein Kevin. Ja, Rufzer, ich sag's noch vorher. Bö, beide geht's nicht. Du machst keinen Schaden. Ich habe mir 30 Schaden gemacht. Aua, aua. Super, ey. Die haben einen Typen, der mit dem Rand zieht und ich habe eine doofe Mumie, die hinspringt. Ich will auch so einen Roboter. Ja, so ist gut. Einfach nicht bewegen. Man trifft sich der Bomberang nicht. Nice. Oh Gott. Mein Gott, bleib doch cremig. Guck mal, ich krieg kein Schaden hier. Das ist eine interessante Definition. Sonst scheint kein Schaden zu kriegen. Tobi, ich wurde gerade von einem Blitzcrank gegrabt und Sivir hat auf mich drauf gefeffert. In dem Falle war das keinen Schaden gekriegt. Hey Sivir, ich kann nicht rumlaufen. Glückwunsch. So doof. Aber Stiefel, wie ist das eigentlich so, keine Lastits zu bekommen? Jetzt kann man endlich mal den anderen fragen, ne, inschreiben. Wie ist das eigentlich so, total abgezogen zu werden von mir gerade? Was macht das gerade so, total abgezogen? Grapp doch, grab doch. Na komm komm komm. Ich bin wahrscheinlich gar nicht mehr da drin. Das ist ja nicht mehr klar. Ja. Das ist ja nicht oder so. War amar. Dann komm doch facechecken, man. warte geht was reihe mir fehlt die tüten b ja euer jungler Snoop euer jungler Snoop bitte ist wieder Reh ich weiß gar nicht wer wer aus dem Midlaner ist, für wen ist die Mitte Reh wenn ich fragen darf für mich die Mitte war nicht weg wer ist ich? das ist nicht gut wie geil wir reden und wir sind nur mit Anilio und Talon an die anonymen LoLzucker hier übernehmen dann mal den Job meines Supporters und kaufen Ward die anonymen LoLzucker hier, keiner kennt keinen mal aber du hättest auch nur einen Ward kaufen genug reicht 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 ne ne der macht der Supporter Hauptsache der muss wegrennen ja wir haben keinen wie ne kleine Pusse hin doch wir haben ne Mumie Maul oder Swain wie ist aber ein Tank und kein Support, du Vogel du bist Support, du bist Support Tank ich sag mal so, du hast das Flash genutzt von daher, das reicht mir schon naja, ist schon klar ich hab keine höheren Anforderungen ne das reicht er braucht keine Kindheit, er will nur noch ich weiß, ich kette das eine Video wo der eine so gar nichts gemacht nennt sich Pro-Anilio und Pro-Guide sag was man geh weg Brolaf, geh weg oder schreib was, aber ping vorher machs ganz geheim, dass wir jetzt... Brolaf komm nochmal her, wir machen nochmal 1 und 1 ehrlich auf der Bot-Plane, bei Blitzcrank kannst Blitz stehen Lachst du doof, du gelbe Kiste ey, ich liebe die Lache von Blitzcrank, man der kann lachen mehr als Rammus wiii boah, meine Mumie freut sich sogar voll wiii bin er gepultet wie geil wie nice, bin ran gepultet wiii ich kann mir das richtig vorstellen mein Gott, wann hat man schon mal die Ere ja, ja Tobi, das hat sie jetzt gebracht was machst du da eigentlich Tobi, du brauchst nur XP ok ich geh jetzt kaum an Alco damit ich gleich bei dem nächsten Gang alles töten kann so, jetzt hab ich nur los jetzt würd ich angreifen und dann geh ich B damit sie sehen, was für ein harter Kerl ich bin das war auf, dass es nicht ein Pult wärs jetzt da ja, komm wenn ich mich hier rum bewege solang du den Schaden hier machst Alco, du fällst ja grad auf Top, ne? du spielst OP, Talo, du darfst nicht failen ich frag mich die ganze Zeit, wo der Herr der Regen-Sound kommt fällt mir auf ey doll hab ich einfach nur Minecraft im Hintergrund offen da ist doch gar nicht, was ist los, ey ja, natürlich 8 Kilometer von dem Minimik trotzdem springt der Bohrmann erst zu mir ja, das ist auch cool, ja, das ist ein ich muss das anfassen ich muss das anfassen ich muss das anfassen ich muss das anfassen oh, zu dummer Anidia, warum bleibst du nicht in die richtige Richtung? AHHHHH HA Reaction Dankschön Was ist das denn? Göttlich, Göttlich am Göttlich das war nicht geplant SS-Bogong SS-Brain von meiner Mumie SS-Bogong? Gar nicht Oben viele, Rainer Du wirst das, wo ich hier im Bus stehe wieso ist das denn schon zweimal gestorben? Viertel kommt top Da kann man was, was soll man hier gestorben und dreimal tal lol, loom Wo, Tag, ich bin ich, Rolav Rolav, 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 er der Beste Ah, ich hab Rolav den Kehl gelassen, einfach weil der Rolav ist Ja, stimmt genau deswegen Er hat meine Mutter beleidigt Ich hab gerade einen Blitz, vermute ich mal, Blitzschenk ist noch im Gebüsch Warum, warum, warum schlägert meine Passiv aus dem Bus raus, was soll der Scheiß? Ja Es kommt so noch völlig Ich werde nicht, wenn ich immer zum Blitzcrank gehört Ne, jetzt mal ohne Scheiß, was soll das? Das ist, damit wir noch sehen, dass du da bist Versteck dich, wenn abends so ein Blitz kommt Damit wir wissen, dass wir uns weiterhin bewegen müssen Ich treffe euch auch so Pass mal auf da ey, du bist hier schon... Du bist einfach irgendwie auf... Ja, da kam ein Fiddle in die Mitte. Du Pena! Hat jemand irgendwie SS geschrieben oder gesagt oder so? Er ist Jungler. Ach, Fiddle ist Jung... Fiddle in the middle. Ich hatte ein Mega-Lag, ich hatte ein Mega-Lag, das ist unfair, lass mich leben! Ey, das ist unfair! Olaf hat keine Gnade, hat keine Gnade. Ey, das ist hier topless, ist schon klar, das wird nur abgeloadet, wenn ich das Game auch gewinne, ne? Nein, der ist sehr ruhig! Das wird auf jeden Fall abgeloadet hier. Ich will auch dabei. Ole, Sivir, kommst du mal bitte? Geh los, Wander! Ey, das meint scheiße, da haben wir Olaf nur zweimal gekillt. Nee, ich hab's einfach mal scheißegal, was du machst. Leo. Sivir? Ja, eine Kill, ich hab den Kill gekauft. So, sag doch was! Echt? Hab ich doch! Hier ist Olaf! Jetzt weißt du natürlich auch Bescheid und Tab! Lauf weg! Gnade! 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 Demasi! Was? Gnade! Mitte ist erst Essen. Oh Mann! Der gegnerische Olaf checkt vor mir, dass ich Rot haben kann. Gnade! Wollte man eh eigentlich ein Stibio machen, dann hab ich verklickt. Gnade! Ja! Na! Oh Gott! Naja, jetzt hab ich's gemissklickt, Mann! Gnade! Gemissklickt! Du wolltest uns noch Angst machen. An das Handy. Nein, die weg! Boah, Leo! Du kannst ja deinen Normal-Games machen, aber nicht hier! Hab ich noch Gefühl, wir haben doch wieder ein Team! Was war das denn? Die Faust klebt so in dir drin! Ja, ja, so richtig perverser Scheiß! Das ist normal, man! Ja, hier, Monio, aufwachen! Gleich, gleich kommt der Blitz wieder raus, man! Tu mal das Handy aus deinem Feedback! Neh mal das Handy aus! Oh, Harnes Handy! Sorry! Alter! Harnes Handy! Sind voll leise, sorry! Was, Mann, ich bin da grad... Aha! Deshalb wusste ich, wo ich bin! Ey, da fühlst du nicht! Ich bin so glücklich! Jetzt muss ich einen Schein! Blue machen oder roten Hits! Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Ah, ich komm weg! Unglaublich! Ja, lauf doch! Boah, Marscher! Der muss sterben, Marscher! Der muss sterben! Nice! Der ist tot! Yeah! Yeah! Carry gets no kill! Drei assists auf einmal! Der Boss! Schön, dass die Mitte auch mal SS ansagt! No back, sorry! Ich hab... Boah, schade! Vollerlohnig! Ey! Achtung, da ist Anibia im Busch! Wie geht's denn? Zieh sie ran, zieh sie ran! Tüte sie, los! Es geht nicht! Er hat nicht die Mitte hinten! Nein, Schaden! Nein! Au! Auto hin! Zieh sie ran, zieh sie ran! Yes! Es geht nicht die Mitte, sie sind der Weg, Mann! Die Auto hin! Pass auf, hinter dir! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Leo, 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 weg, weg, weg! Wer ist das? Ah! Wer ist da? Guck doch! Nein, nein! Nein, nein! Nein, ich hab nichts mehr! Boah! Ging nichts mehr klar! Ich würde nur sagen, eieieiei! Dass der Roboter so greedy ist, ey! Los geht's, los geht's! Olaf! Oh Gott! Was? 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 Wuhu! Lass mich leben! Alles zurück! Ah, Leute! Die macht ihr Fahrrad! Kacke! Los komm her! Fuck! Hey du Penner! Ich glaub wir drehen das Game gerade! Ja! Hey, statt nicht grad eben noch, 0 zu 3 ist es steht 8 zu 7. die der der die 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 ganz fort die die kreis 3 der auch das wird und das ab die Leuten wie das freistellte auf die Koppelstatt der Städte zu fällig aufgrund der Städte das war es gut weißt du es ist so bei fünfzehn Minuten Video zu sein aber einmal ganz große Bildschirm und das wird dann sein Freunden ist auch gemacht Spulspul vor gewinnt nur wie so es ist ja aber nicht dass der Europas Siegelser also nicht Rieter der Kürz was die Glauben sogar Glaube also das rote Team muss verlieren rot der Redner wird noch Geld ich dachte es gibt nur Lila und blau, wo ist denn rot? ja eben, ich mache auch rot ist lila Fiddlesticks kommt runter der Rote Baron kommt gar nicht runter, du bist nicht Oh, jetzt komm ran! Jetzt renn ich weg! Hör auf, der Müß! Wie soll das? Ach du, ich hab noch geistert! Halt dich fest, los! Oh, das gibt's doch nicht! Der wieder schnell, der flattert! Jetzt hör auf! Sag doch was! Fuck! Ey, könnt doch mich nicht attacken, wenn ich hier nicht gucke! Ey, das ist scheiße, in Skype! Dann sind plötzlich alle Ganger unterwegs zu mir! Ach so, weiß ich nicht! Na? Ja, ich hab mich nicht gesucht! Ich war auf Tatraum, so orientiert! Nein! Ich fühl mich sicher, da kommt mir so ein Affenkopf entgegen, weißt du da? Ein Affenkopf! Ja! Hab den Roboter getroffen! Ich starb! Ein Team, der mich vergewaltigt hat! Oh, da geht mir voll auf den Sack, war! Da, der starb! Der macht Aua! Tschüss! Ja, kein Problem! Oh, Eike macht doch Schaden! Ganz im Ernst! Ja, was tust du denn da, bitteschön! Du bist so ein Kacknubs, Eike, ne? Ja, warum gehst du denn gegen ein Swing und einen Wukong rein? Ein Swing! Habt ihr euch nicht lieb? Hallo! Weil man Proloss! Oh mein Gott, ich krieg den! Not! Du stirbst! Nein! Hihihi! Hihihi! Oh ja, so klar! Wieso kommt jemand Proloss irgendwoher? Ich wollt nur einen Assist haben! Hier ist überall der Penner! Ja! Loil! Nice! Boomerang klingelt 700 Schaden! Das ist so klar, dass der da grabbt aus dem Gebüsch! Jetzt kann's abgeloadet werden, ganz gut! Ich glaub, jetzt wird ein Multi rein in der Mitte, ne? Ach, sollte ich vielleicht dich erwähnen? Ach, wo? Woher? Mann, was du hörst denn denn da? Ich war drauf, ey! Das war in der erste Tower, wuuuh! Nur, falls du dich einfach umgeklappt, Chatnit! Hast du das gemacht? Aber, aber, aber! Du bist so, ich bin so schnell! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Los, mitkommen! Ne, 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 ne! Zu dangerous! Ich kann die nicht fehlen in dem Video! Ich bin so professional! Ganz professional! Ich bin so professional! Ich fahr! Oh, ich fahr! Der zun ist abgefahren! Ich bin so fahr! Stürbt! Bro, Marcia! Ich hatte schon Angst, als mit meiner Axt fail! Ganz, ja! Ganz, ja! Ganz, ja! Ganz glatt, vergesse! Oh, was? Tau dive! Nein, doch nicht! Scheiße, bin es nicht! Da kommt noch eine Sevier, pass auf! Oh, verdammt! Verdammt! Olaf ist echt Kamikaze, man! Kein Scheiß! Talon, check mal Gebüsch da! Da müsst ihr irgendwo ein Swain sein mit 3 HP! Juhu! Ein Swain! Guck mal, Timor! Mit 3 HP! Guck mal, Timor! Juhu! Ein Dreier Vogel! Eicke, sag mal, wie kommt das eigentlich, dass du gegen den Stiefel verlierst! Ja, also wirklich. Hä? Ach, das spielt Talon gegen Wukong, oder wie? Ja, ja. Und Talon verliert, ja. Stiefel ist so ein Sieg, oder? Was glaubst du, woher Stiefel den Tick hat? Hey, Mucke aus hier. Copyright, hallo! Mann, wie bist du? Könntest du mir das mal bitte erklären? No, grab like a boss! Oh ja, der war ja auch fisch, ja. Das sieht nicht gut aus für Urlaub. Boah, was soll das denn? Mann! Das war geil. Du wollte den Brawl of Skin hast, heißt das nicht, dass du gleichzeitig und tödbar bist. Der Frau, muss da denn noch einer, was soll das denn? Boah, ne. Boah, ne. Was ist das denn mit seiner Kopfnuss? Oh nein, also mal bitte aufzufliegen. Ja, was baust du denn für ne Scheiße, Tobi? Wie, was baust du denn für ne Scheiße? Du hab' da oben einmal ganken und ich hab' fünfmal gepinkt. Ganz im Ernst, wenn Sohle nenne ich halt, dann brauch' ich auch nicht so mit dem Spielen. Aber so ist es so lustig. Das war's! Oh, wirklich. Ja, das war's! der Bordel immer nur fünf Milliarden Boomerang durch die Flieger der Lerke keine Lust mehr zu Gänken, immer wenn ich Gänken gehe, sterbe ich solltest du das lassen Fiddle kommt runter, Achtung das ist der ich sehe nicht, ich glaube die haben den Wort Leo fühlt sich wieder sicher Boah Leo, ich hab keine Blumen auf der du hörst nicht nur, ich wollte nicht klauen ja, kein Problem Mumie Oh, die kleine Mumie oh, fett ist 6 und Zerstörung Watt, wie denn? Watt, wie denn? Watt, wie denn? Ich hab den rot, nice ich wollte schon sagen, gut gemacht, war ja mein Key Red Buff GG Jetzt tiltet den auch bitte, danke also da kannst du rennen nein meinte Alki hier, fast noch weggekommen ja scheiße das Ziel mit Rotbuff, die die bombardiert klar, fast echt noch weggekommen ey, ich dachte schon, ey, voll scheiße, hier, Siegel läuft hier in die andere Richtung Bist du die andere, und was dann? beide tun Go Wu Con Go Wu Con Egal Töter Adel, los Tobi lügt die nächste Tower auch noch da steht noch nie wie am nächsten Tower ja das bringt euch ja nix Telefon, was hört denn? da kann ich jetzt nicht ran gehen du bist beschäftigt und leg wieder auf sorry YouTube, das ist mein Telefon jetzt wer mitziehen? ja los, tönen wir an Nibia Attacke nein nein oh nein hey, warum bist du hier rein? Hallo, die Püpsi geben mir mehr Gold das macht doch alles keinen Sinn die Püpsi geben mir mehr Gold auf damit ich bin froh, dass ich dich schon verschont habe, okay, jetzt geht's los dann eben also Sie haben schon mal gekündigt, wie kann das denn sein, dass du jetzt echt stirbst? ja Nein wups der ist doch schnell und der kann noch nicht slow'n hate, mich konnte man slow'n ich hatte mein Ultni nicht an halt die Schnauze erzähl den anderen nicht, dass ich gefehlt habe jungs Delicious weeee Ne Prozent der Prolog direkt es ist auch noch weiter Prozent ja der Richtung Prozent ich hatte fünf 0 oder so jetzt habe ich 8 8 das ist doch schon mal ganz gut das ist auf jeden Fall eine Folge Das Video ist Teil des Weih-Movement, ein Karrier-Path für Youtubers. Für mehr zu lernen, visit tgndot.tv